Tarnel ist ein Pokémon mit den Typen Stahl und Psycho, existiert seit der dritten Spielgeneration und ist die Vorschufe von Metang, welche sich wiederum zu Metagross weiterentwickeln kann und seit Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir ist dieses in der Lage eine Megaentwicklung zu vollführen. Das Pokémon Tarnel ist ein kleines aber schweres Pokémon, das einen außergewöhnlichen Körperbau hat. Es erinnert an einen Arm von Metang und Metagross, die dessen Weiterentwicklung darstellen. Anstelle der Verbindung zum Hauptkörper dieser beiden Pokémon sitzt bei Tarnel ein kugelartiger Kopf, in den ein auffälliges rotes Auge eingefasst ist. Der Rest des Körpers ist ein kegelförmiger blauer Stahlborken, an dessen Ende sich drei scharfe Krallen befinden, mit denen es seine Gegner angreifen kann. Dies passiert bevorzugt durch magnetische Impulse, mit Hilfe derer es in der Lage ist, Gegner zu sich heranzuziehen und anschließend mit Krallen anzugreifen. Diese Impulse sind so stark, dass es sogar Maschinen im Umfeld zerstören kann. Außerdem nutzt es magnetische Impulse, um sich schwebend über dem Boden fortzubewegen, indem es die Erdanziehung ausgleicht. Dieses Fortbewegungsmuster äußert sich vor allem in seiner einzig erlernbaren Attacke, Tackle. Schläft es, so sinkt es zu Boden und hängt sich an Felsen fest, die vermehrt in seinem Lebensraum vorkommen, da es sich gerne in bergigen und felsigen Habitaten auffällt. Dort ist es außerdem selten anzutreffen. Eine mögliche Fähigkeit ist Neutral Torso, was die Verhinderung von absenkender Statuswerte durchführt und die versteckte Fähigkeit ist Leichtmetall, wodurch das eigene Gewicht halbiert wird. Tarnel nutzt magnetische Impulse nicht nur in Kampfsituationen oder sich, um sich fortzubewegen. Magnetische Energie bildet auch die Grundlage ihres Lebens, denn durch sie zirkuliert das Blut im Inneren des Körpers. Des Weiteren basiert die komplette Kommunikation auf Magnetwellen, mit denen Tarnel zu anderen Pokémon sprechen können oder mit Artgenossen kommunizieren. Im Schwarm erscheint Tarnel Beobachtern als ein ganzes Pokémon, da ihre Bewegung durch die Kommunikation so schnell ist, dass sie sich zeitgleich bewegen können. Dabei stellt Tarnel den ersten Teil der dreistufigen Entwicklungsreihe dar, kann sich zu Metang entwickeln, das zu Metagross und das ist seit der sechsten Generation mit einem Metagross-Nieten zur Mega-Entwicklung fähig. Im Laufe der Entwicklungsstufen verdoppeln sich jeweils seine Gliedmaßen, Während Tarnel quasi aus einem einzelnen Clown-bewehrten Arm mit Augen besteht, schließen sich zwei Exkemplare zu Metang zusammen, welches neben seinem massiven Körper dann über zwei Arme verfügt. Metagross bewegt sich spinnartig auf vier Gliedmaßen fort, während die Mega-Form sogar acht Clown-bewehrte Arme aufweist. In den Spielen wird die Entwicklung von Tarnel zu Metang auf Level 20, von Metang zu Metagross auf Level 45 und die Mega-Entwicklung mit einer Metagross-Nieten durchgeführt. Und mit seiner Typenkombination ist es immun gegen Giftattacken, nimmt Viertelschaden gegen Psychoattacken, Halmschaden gegen Normal, Flug, Gestein, Stahl, Pflanze, Eis, Drache, Fährattacken, Doppelten Schaden gegen Boden, Geist, Feuer und Nicht-Attacken. Der Rest macht Normalen Schaden. Ausnahme von Generation 3 bis Generation 5 machen Geist- und Unnicht-Attacken nur Normalen Schaden. Erst ab Generation 6 wurde das umgeändert und Geist- und Unnicht-Attacken machen Doppelten Schaden.